Heute haben wir bestimmt viele Verkäufer, die auch zusehen, aber wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, er ist kein Verkäufer, was würdest du dazu sagen? Ich stelle auf meinen Seminaren oder auf meinen Vorträgen oder wenn ich eine Keynote immer folgende Frage, wer von euch ist denn Verkäufer? Und dann heben so einige die Hand und dann stelle ich die nächste Frage, wer von euch hat denn mit Verkauf überhaupt nichts zu tun? Und da gehen dann auch immer einige Hände hoch und dann sage ich, das ist falsch. Und dann frage ich diejenigen, sag mal, hast du einen Partner? Ja, dann bist du Verkäufer. Hast du Kinder? Dann bist du Verkäufer. Hast du Freunde? Dann bist du ein Verkäufer. Alles im Leben ist Verkauf. Du musst deine Ideen verkaufen, du musst Menschen begeistern, du musst Menschen überzeugen, du musst Menschen motivieren. Und das ist nichts anderes als Verkaufen. Ich muss meiner Frau zum Beispiel verkaufen, dass es gut ist, diesen Sportwagen gerade jetzt zu kaufen, weil es eine gute Investition ist, weil der nicht im Preis fällt und weil das nachhaltig wird. Und so ist alles. Meine Töchter verkaufen mir ständig, dass es gut ist, dass sie mehr Unterhalt bekommen oder das und das Auto. Alles. Mein Motto lautet, life is a sales talk. Und als allererstes verkauft man immer sich selbst. Als Person, als Mensch, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Energie. Also life is a sales talk. Auch wenn Leute sagen immer, nee, ich bin kein Verkäufer. Warum sagen sie das? Weil Verkaufen leider ein negatives Image hat. Wenn du abends auf einer Party jemandem erzählst, dass du Verkäufer bist, hast du wahrscheinlich einen sehr einsamen Abend vor dir. Weil die Leute dann so, oh, der will mir was verkaufen, der will mir was über. Nee, das ist nicht Verkaufen. Weißt du, viele Menschen denken immer, Verkaufen heißt jemandem was anzudrehen, was er nicht haben will und was er nicht braucht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Verkaufen, nach meiner Philosophie, heißt Menschen mit Produkten und Lösungen zu versorgen, die ihre Lebensqualität verbessern. Und wenn du der Überzeugung bist, dass dein Produkt, deine Lösung, deine Dienstleistung, das Leben von Menschen verbessert, dann musst du es verkaufen. Wenn ein Kunde zu dir sagt, ich will mich informieren, dann will er kaufen. Schau mal, du gehst auch nicht bei McDonald's rein und sagst, ich will mich mal informieren, sondern du willst essen. Du fährst dich bei der Tankstelle vor und sagst, ich will mich informieren, sondern du willst was. Und wenn ein Kunde zu dir sagt, ich will mich informieren, dann will er, sonst wäre er nicht da. Und das stärkste Kaufsignal, das ein Kunde dir senden kann, ist, dass er überhaupt einen Termin mit dir macht oder dass er bei dir ins Geschäft kommt und sagt, ich will mich mal informieren. Aber ein Durchschnittsverkäufer denkt dann immer, ach, der will sich heute nur mal informieren und dann tut er nicht alles, was für einen Abschluss nötig wäre. Er hat nicht die Einstellung. Du hast es schon angesprochen, du trainierst jetzt Tausende, Zehntausende von Leuten gleichzeitig in einem Raum regelmäßig. Ja, und was ist jetzt der entscheidende Hauptunterschied zwischen richtig erfolgreichen und nicht erfolgreichen Verkäufern?